Ja hallo und ganz herzlich willkommen heute zu einer kleinen Sondersendung bei den Sims 4. Warum mache ich das Ganze? Na ganz einfach, es ist ein neues kleines Add-on rausgekommen und zwar die Garten-Accessoires. Und wir sehen, man kann schon zum Beispiel eine Bank zum Verlieben bauen. Ja, ich habe beschlossen, ich mache das jetzt ganz einfach mal. Ich zeige mal, was so ein bisschen als neue Gegenstände rausgekommen sind. Ich gucke mal, was es so alles Schönes gibt halt. Es gibt neue Gartenstühle halt. Ja, so sehen die aus. Oder so? Ja, auch sehr nett. Wie gesagt, ich zeige das einfach mal, was es so alles Neues gibt, was ich so schnell auf die Schnelle halt finde. Ähm, ich habe dazu ein neues Grundstück einfach mal ausgewählt, wo sonst nichts drauf ist. Also ihr seht, jetzt stehen drei Gartenstühle drauf. Mehr haben wir da noch nicht gemacht. Und ähm, bisher, äh, sage ich mal, es gibt so ein paar kleine neue Sachen halt. Also man kann jetzt hier eben so ein paar kleine Tische für draußen oder auch einen größeren Tisch, äh, nehmen. Ähm, damit man dann eben da seine Stühle ranpacken kann. Auf den kleinen Tisch nicht, ja, das ist halt so ein Beistelltisch oder wie man das auch immer nennen will. So, ähm, und wie gesagt, ich mache das mal ganz kurz, damit man so eine leichte Übersicht halt hat, ähm, was es halt so Neues gibt. Wobei, bei dem Tisch bin ich mir gar nicht sicher. Äh, der kommt mir ziemlich bekannt vor. Ich, ich glaube, in der Art gab es den schon mal bloß nicht mit Glas obendrauf. Naja, gut, egal. So, was haben wir dann? Ähm, ne, das ist von den Kinder-Assist-Wars. Das haben wir schon, äh, gehabt. Okay, also oberflächenmäßig gibt es hier anscheinend nichts. Und der Sanitär würde mich jetzt auch wundern, wenn da was Neues gewesen wäre. Nee, kann ja nicht. Ist ja keine Outdoor-Aktivität. Also gehen wir mal auf die Outdoor-Geschichten. Und, äh, ich nehme mal ganz kurz hier die ganzen Sachen wieder weg. So, gut, also man kann einen schönen Sonnenschirm jetzt mittlerweile in unterschiedlichen Farbgebungen gibt es den. Ah, wie nett. Oder einen anderen Sonnenschirm. Nur mal so aus Interesse geht da dran, ähm, ein Gartenstuhl. Ah. Na, das sieht doch gleich ganz einladend aus. Wenn man das draußen auf die Terrasse stellt oder in den heimlichen Garten, ähm, dann ist das doch wirklich ganz schick, ne? So, auf jeden Fall, ähm, das hatten wir. Ähm. Ich guck mal noch. Dann gibt es hier, ach, Tabletten mit Summer Drink. Ich, äh, zoom mal ran. Aha. Auch interessant, was es da gibt. Ähm, gut. Das nehme ich auch wieder weg. Weil es ist jetzt nicht so interessant. Und. Ich sehe gerade, man kann ja nach Packs filtern. Ich habe ja ganz vergessen, man kann ja hier gleich, äh, filtern. Guck mal hier. Gartenspaß. So nannte es sich. Dann kriegen wir das nämlich gleich angezeigt. Und da können wir endlich auch alle mal anzeigen. Mit dem Gartenspaß. Dann haben wir das viel einfacher. Und wir sehen, so viele Sachen sind es gar nicht, die dazu gekommen sind. Aber egal. Äh, wie gesagt. Also, wir können hier so ein, äh, eine Leiter mit Blumen. Pflanzen auf hohem Niveau nennt sich das. Okay. Also, sowas gibt es. Nennen kleinen, ähm, kleinen, äh, kleinen, relativ Blumentopf können wir noch nehmen. Ein paar andere Pflanzen. Und, äh, noch ein paar Blümchen so dazu. Ne? Also, für die Gartenverschönerung ist ein bisschen was dabei. Ähm, für die Wandverschönerung. Okay. Genauso so ein Wandfrosch. Äh, ein paar neue Bilder. Drei Stück. Einen Schmetterling. Ach, der ist ja süß. So, als Verzierung im Garten. Das ist ja ganz niedlich. Genauso wie das Vogelhäuse dazu. Also, ja. Das ist niedlich. So, sauer macht lustig. Äh, zieh schon mal den Mund zusammen, bevor du den Inhalt dieser Vase kostest. Ähm. Möchte ich eigentlich gar nicht. Aber es sind ein paar Zitronen in einem Glas. Na gut. So, dann natürlich, ähm, ein Picknickkorb oder sowas ähnliches zum Dahinstellen. Muss ja auch mal sein für draußen. Ähm. Dann den Frosch als Teppich. Genauso die, ähm, Blume. Na, damit man das auch mal sieht. Das gibt's jetzt auch neu. Und einen großen, großen, großen Teppich für alle, die sich draußen ausbreiten wollen. Natürlich mit Duftkerze. Die auch prompt hier angeht, wenn ich die platziere. So. Na, für draußen in der Nacht. Oder mit Blume. Was auch sehr niedlich ist. Moment, ich, äh, zoom mal ran. Damit man die mal ganz kurz von nahen sieht. Und, ähm, eine Blume halt mit, ähm, Kerze dran. Also deswegen, das gibt's auch noch. Eine kleine Laterne. Kann man sich auch hinstellen, wenn man das möchte. So, ansonsten eine Galande, äh, mit Blümchen. Oder halt so eine, äh, so ein Rad. Das hat sogar Licht drin, wenn ich das sehe. Also ist auch ganz niedlich gemacht. Und wir haben noch die Plumburt-Box. Ähm. Spaß Nummer eins. Ähm. Also macht Spaß. Und was soll das sein? Die Kohlenstoff-Datierung dieses Lautsprechers. Ah, eine Musikbox. Den ich so nicht einfach hinstellen kann oder sowas. Naja, egal. Gut. Die, äh, Tische hatte ich schon gezeigt. Dann kommen wir da hinten auch gleich zu etwas. Natürlich haben wir noch ein Windspiel aus sonst was. Also das kennt man ja. Das hängt mal an die Häuser. Das klirrt, wenn der Wind sich drin fängt. Ähm. Ich habe jetzt hier keine Wand, dass ich das, äh, aufhängen kann. Aber da gibt es eben einige davon. Und noch ein anderes Vogelhäuschen für alle, die eben das Ganze, ähm, ja, mit einer anderen Optik haben wollen. So, ich habe das Ganze jetzt auch nochmal auf hell gedreht. Damit man das nicht nur beim abendlichen, äh, Sommer, ähm, sozusagen sieht. Sondern auch mal bei Tag. Und ich muss sagen, also diese Objekte sind sehr schön. Aber was das Add-on eben wirklich Neues mitgebracht hat, sind vor allem diese großen Wasserrutschen. Ähm. Da können dann die Sims, wenn sie wollen, ähm, ja. Ja, hier praktisch langrutschen. Und ich habe zwar jetzt keinen Sim, der das austesten kann. Aber ich habe, äh, im Trailer-Video gesehen, dass das denen wahnsinnig viel Spaß macht, wenn sie das tun. Und, äh, man kann die Sache dann eben halt auch in anderen Farben bauen und so weiter und so fort. Aber, wie ihr seht, man braucht verdammt viel Platz, wenn man die Dinger hinstellen will. Also im Vergleich, wenn ich da jetzt nochmal den Sonnenschirm daneben stelle, der wirkt richtig klein zu diesen Sommer, äh, Sonnenrutschen, zu diesen Wasserrutschen. Also deswegen, da braucht man ein großes, großes Grundstück, auf die, äh, auf das man das dann hinstellen kann. Und, ähm, ja, ich sag mal, bei mir, meine Sims hätten da ein ganz großes Problem, das Ganze irgendwo, ja, unterzubringen. Momentan zumindestens, also nicht nur, weil sie erstens kein Geld dafür haben. Also so eine Wasserrutsche kostet 2470 Dollar, die mit dem Hai, und die normale 675. Also kurzum, es ist schon verdammt teuer, wenn man das Ganze hier machen will. Und, naja, also, muss man selbst wissen. Das sind zumindestens die neuen Gegenstände, die man hier eben, ähm, mit diesem Gartenspaß-Accessoires-Pack bekommt. Ähm, persönlich muss ich sagen, es sind nicht so viele, aber es sind doch so ein paar kleine Neuerungen dabei. So, bevor ich jetzt aber dieses Mini-Let's Play mit den neuen Objekten, äh, wieder beende, ähm, mache ich mal folgendes. Ich gehe nochmal kurz in die Charaktererstellung, denn es soll auch neue Kleidungsstücke geben. Also, bis gleich. So, und da bin ich auch schon wieder. Und wenn ich das so richtig sehe, äh, sind es ja immer die Outfits mit den Sternen, die neu sind. Also wäre es diese Shirt, diese Jacke, dieses, äh, nette Polo-Shirt und auch dieses hier. Das sind die neuen, ähm, Tops bei Männern. Ich guck mal, ob es neue Jacken gibt. Da ist nix neu. Ja, also kurzum, die Auswahl bei, äh, den Gegenständen, die jetzt wirklich neu sind von der Kleidung, wird sich natürlich auch im Rahmen halten. Äh, hätte mich auch gewundert, wenn es jetzt anders ist. Ähm, ganz einfach deswegen, weil, ähm, eine neue, eine neue kurze Hose passt ja zu draußen, ne? Soll ja für den Sommer alles sein. Ähm, okay, den Schlabber-Look können wir auch nehmen. Oder halt den etwas engeren Look in, äh, Dreiviertelhose. Ja, aber wie gesagt, äh, es hätte mich gewundert, wenn es jetzt ganz viele neue Kleidung hier gibt, aus dem ganz einfachen Grunde. Ähm, ups. Also die Schuhe sehen nett aus. Ich nehme mal kurz hier die Socken von ihm weg, damit man mal kurz sieht, wie die Schuhe aussehen. Ja. Und wie gesagt, hätte mich halt gewundert, wenn es wirklich ganz neue Sachen gibt. Denn, ähm, es ist halt nur so ein Zusatzpack, was man kaufen kann. Man muss sich selbst immer überlegen, ob einem das gefällt, ob es ausreicht, sozusagen, was man da bekommt. Ich meine, wenn man ein echter Simbler ist, dann wird man natürlich alles kaufen, was da ist, ähm, damit man das Komplettpaket kriegt. Und, ähm, persönlich muss ich sagen, ich bin jetzt hier, ähm, von den Accessoires, die es halt gibt, ähm, so ein ganz wenig enttäuscht. Ja, so ein bisschen halt, weil die Auswahl ist dann doch nicht wirklich so umwerfend. Ähm, aber das muss jeder für sich selbst halt sehen. Äh, es gibt hier für die Weiblichen natürlich auch noch einen neuen Look ein wenig. Okay, das sieht ganz nett aus, auch wenn ich mir gar nicht sicher bin. Ach, das ist vorne zusammengeknotet. Das sieht man vielleicht mit einer anderen Farbgebung mal ein bisschen besser. Genau, so. Ähm, das hier ist ein bisschen schlicht, aber egal, das geht auch noch. Also, die weiblichen Sims haben anscheinend ein bisschen mehr bekommen. Ah. Äh, das... Ne, das sind alte Teile. Wollte ich gerade sagen, die passen doch hier gar nicht in das Sommeroutfit. Wie sieht sie aus? Die beiden sind wieder Sommeroutfit, also deswegen, die wären neu. Ähm, wie sieht sie aus? Die habe ich bloß nie angeklickt, aber das da ist auch im Sommeroutfit drin. Das sieht man immer an diesem kleinen Logo da, an diesem Getränk, wenn man das, ähm, anklickt. Also deswegen, so ein bisschen was ist dabei halt. Ähm, man sieht es ja auch, wenn man hier oben klickt auf herunterladbare Inhalte und man sich die Details dann von den, ähm, ja, Paketen anguckt. Da kann man sich auch ansehen, was eben im, ähm, Paket mit drin ist. Aber, ähm, wir wissen, äh, beziehungsweise ich weiß, dass momentan es leider einen kleinen Fehler gibt. Wenn ich da oben klicke, passiert leider gar nichts. Also, deswegen, ähm, ich, ähm, kann nur sagen, okay, ich kann es sozusagen euch nur mal so zeigen, was es hier so eben als neue Objekte gibt. Und damit müsste ich auch gleich durch sein. Ich gucke noch mal hier bei den, äh, Schuhen, ob da noch was ist. Ähm, ich bin mir aber ehrlich gesagt nicht sicher, ob... Ja, doch, hier, ne, ein paar neumodische Sommerschuhe sind noch dabei. Jopp, die gehören dazu. Und die gehören nicht dazu, die habe ich irgendwie wohl freigeschaltet, aber egal. Okay, also, ein wenig was ist dabei, ähm, was man eben benutzen kann. Die große Neuerung dieses, ähm, Packs sind halt die Wasserrutschen, die man im Garten verwenden kann. Wie gesagt, zeigen kann ich das jetzt nicht, weil meine Sims, die den Platz eben nicht haben, oder halt auch das Geld nicht, aber irgendwann werde ich garantiert auch sowas mal in den Garten bauen, damit man das dann austesten kann. Ja, aber das soll ja auch nur so ein kurzer Überblick sein, was eben gerade neu herausgekommen ist. Und, äh, vielleicht hat es ja den einen oder anderen von euch interessiert. Ja, und in diesem Sinne danke ich fürs Zusehen. Wir sehen uns dann demnächst wieder im normalen Spiel hier bei den Sims 4. Bis dahin macht's gut. Tschüss.